Die Pandemie-Erzählung wird selbst in den Parlamenten nicht hinterfragt. Die Opposition, die diesen Namen verdient, findet nicht statt. Wir werden regiert von der schwarz-grün-rot-gelb-dunkel-roten Einheitspartei Deutschlands. Nein, liebe Freunde, wir müssen uns klar machen, wir müssen die politische Kraft sein, die dabei mithilft, das Ruder herumzuweißen. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Aber es geht natürlich nicht mehr nur um Corona. Wir haben alle längst durchschaut, dass im Schatten dieses Krankheitsherriegers eine ganz andere Agenda abläuft. Und egal, wie man sie nennt, ist uns jedenfalls seines klar, um Gesundheitsschutz geht es hier jedenfalls nicht. Es geht um Macht und Geld. Und egal, wie man sie nennt, ist uns jedenfalls nicht. Und egal, wie man sie nennt, ist uns jedenfalls nicht. savez, EntrepreneurschefSarah ist hier jedenfalls nicht so nett. So sind wir gerade auch gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.